yo peace leute und willkommen zum 21 part von the last of us remaster wir spielen jetzt wieder joel allerdings sehr angeschlagen wie man merkt natürlich klar ist ich weiß nicht was er jetzt genau vorhat ich denke natürlich er will ellie suchen aber da könnte es vielleicht kleinere schwierigkeiten geben dann vorher können wir was herstellen auf jeden fall ja das hier auf jeden fall auch noch mal zwei kommt stell doch fertig her und noch eins und ja auch einfach mal machen wir finden eh genug stuff so lassen wir die shotgun draußen ist immer noch unsere stärkste waffe hier aber kann wenigstens ein bisschen schneller laufen auf jeden fall so gibt es anscheinend nichts mehr vielleicht hier noch in der garage was hier noch was ist klar alles mitnehmen was wir können denn wir können jetzt auf eine kleine reise gehen der suche nach der lieben kleinen ellie aus da aber springen kann auf jeden fall auch keine ahnung ob es hier noch gegner sind ich hoffe mal nicht ich glaube auch mal nicht wir wissen wo sie hingelaufen ist du allerdings nicht mein lieber bisschen blöd ne dass du mit einer verletzung einfach so raus gehst wo das sind abruhen ins alter du scheiße man ist schlecht jetzt haben wir es nicht dauern ist nein 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 ich schaut gar nicht das hier will ich wechseln aber wir haben gar keine langkampfwaffe mehr so erstmal das hier einsetzen dann den el diablo rausholen und schön diesen aber da haben wir auch keine muni mehr für ne uh da haben wir noch den revolver ist jetzt tot ich hoffe doch mal das war noch einer aber noch ein paar freunde von uns die wir eingeladen haben du dich doch nicht so behindert wenn du getroffen wird das habt ihr aber früh bemerkt weg oder ein bisschen so aus deswegen ist man langsam nach vorne jetzt sind es auf jeden fall weg gerannt jetzt bisschen von muni natürlich mit alles mitnehmen was wir können so dann das gewehr mal nachladen was sind denn die pisse jetzt hingelatscht jetzt hier rein wo alles klar da hinten haben sie sich jetzt versammelt moment so da dürft ihr uns auch nicht sehen weil hier ein paar zäune im weg sind ähm kenne ich mir es sind drei leute hier und ich trenne die sich jetzt mal schön dass ich ein nach dem anderen moment hier hinter hier mal ein bisschen bessere position wir haben sich jetzt für ein bisschen getrennt aber nicht gut genug damit ich jetzt ah ne doch nicht ich glaube die trennen sich gar nicht großartig zur not schießen wir rein das ist mir jetzt egal aber am liebsten werden wir natürlich trotzdem sich schön sauber und leise zu erledigen aber die werden sich nicht trennen so wie das aussieht sie werden nur in diesem kleinen bereich werden die bleiben das ist wie wir dann anfangen zu schießen so weg ist der so sehr schön alle drei down so habt ihr noch ein bisschen was für mich so muni oder so ne anscheinend nicht schade dann müssen wir wohl durch dieses häuslein hier hindurch hier gibt es noch ein bisschen stuff alles klar nehmen wir alles mit ein paar Waffenteile noch da unten ist noch was nehmst du mit junger mann könnten wir bestimmt gebrauchen da geht es nicht durch den hier aus dem Fenster zack so ich rechne hier mit Gegnern du hast mich lang noch nicht mein Freund zack in die Balls du Pisser oh nun tritt in die Fresse was willst du von mir was solltest du bleibst hier so das Mädchen ist sie am Leben welches Mädchen ich kenne kein Mädchen jetzt zieh mich an sie her ich hole dir die verdammte Kniescheibe raus das Mädchen das Mädchen sie lebt sie ist Davids neues Spielzeug wo in der Stadt in der Stadt jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen es ist hoffentlich derselbe Punkt auf den dein Kumpel zeigt mach schon da ist es er bestätigt das frage doch na los ich lege nicht verdammte Scheiße Mann er hat dir doch alles gesagt von mir erfährst du einen Scheißdreck ist schon okay ich glaube ihm nein ich bin infiziert ich bin infiziert wirklich und du auch genau da roll den Ärmel hoch guck's dir an ich mach das Spiel mal mit was hast du nochmal gesagt nichts passiert ohne Grund ja was zur Hölle ist das die ist längst verwandelt die will uns nur verarschen für mich sieht's verdammt echt aus und da sind wir wieder nur mit einem Messer oh du schießt von oben oh du schießt von oben wir müssen erstmal weg renn 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 äh kommen wir da rüber hier haben wir was zum ah ich komm rein geh rein geh rein geh rein ich brauch ne Waffe oh ja oh ja wir brauchen unbedingt eine Waffe komm weg mit dem Schizzle hier ah dann hier runter die gibt's die gibt's hier irgendwo eine Waffe oh da draußen sind wir hier aufpassen ah ja lieber Freund hat geschossen allerdings würde das nicht mehr lang tun so können wir da durch wenn wir wollen würden ne können wir gar nicht scheiße oh das sind richtig viele ich muss einen davon ausschalten und die Waffe nehmen wie schaffe ich das am besten ah die rennen hier auch alle rum lass mal hier rausjumpen hier rein hier haben wir ne Flasche die können uns vielleicht auch helfen ok dann gibt's eine Stadtversammlung wir stimmen über die Fresse 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 jetzt haben wir den Revolver mit einem Schuss dieser eine Schuss wird uns nicht viel bringen das ist klar da latscht einer läuft der da in dem Haus lang oder wie ja anscheinend komm mal hier her oder genau bleibt drin das ist auch ok dann kommen wir zu dir mein Lieber ne es gibt dann keinen komm von mir ich glaube wir haben uns gesehen shit der hat keine Money haben sie uns gesehen das sieht nicht so aus ich habe erwartet eigentlich hier rein oh hat er uns gesehen ich glaube nicht ich glaube nicht er läuft jetzt natürlich hier her das ist ja klar dann laufen wir um ihn rum Mist nein 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 das lässt du wohl komm mit dem Messer yeah kein Schuss ist gefallen sie haben sie mir weg sie haben sie mir weg oh war der in den Kopf nein war er nicht egal mit dem Messer auf 4 Schuss gut 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 dann hat das Ding nach kein Medipack natürlich das ist ja klar dann mal hier raus wir haben hier sehr sehr schlechte Sichtfelder ist das was zu wohl ist eigentlich ein ziemlich guter Vorteil für uns weil wir diesen Lauschmodus haben ähm die Gegner sollten uns so sehr sehr schlecht erkennen können also auf eine sehr sehr schlechte Reichweite auf jeden Fall hier klingen nämlich Glocken Alarmglocken denke ich jetzt einfach mal sag ich mich fresse oh Mist rein da oh Mist wir wurden down geshootet fuck 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 aber das darf mal passieren aber wir spawnen wieder hier ähm so wie machen wir das jetzt wir müssen jetzt kurz wie machen wir das jetzt wir haben ja schon die Waffe ja mit 4 Schuss so äh ist der da oben immer noch wir gehen jetzt mal da hoch wir hätten den auch mit dem Messer erledigen können hätten wir ihn früh genug bemerkt so der kommt da jetzt alles klar so und zack ja ja so will ich das sehen hat keine Muni für uns aber egal rein in das Haus eine Flasche haben wir schon ah Mist 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 wie machen wir das jetzt wie machen wir das jetzt ist da der Ausgang geht's da raus wir laufen einfach mal lang wir müssen jetzt nicht jeden erledigen wir müssen einfach nur hier raus oh da ist einer ganz ruhig mein Freund hast du dir da Angst von einem kleinen Mädchen hä von einem kleinen Mädchen du Pisser so das ist du auch so wir haben jetzt über ein Magazin das ist doch schon mal sehr vorteilhaft und rüber schon das sieht doch sehr sehr stark nach weg aus oder hier können wir rein hier drinnen ist auch keiner ähm fuck ich hab keine Ahnung wo ich lang muss uah da steht einer steht der da nur rum oder der scheint da irgendwie nur rum zu stehen schau mal hier raus Mist ah fuck oh wie viele fuck it fuck it fuck it fuck it fuck it fuck it wie viele sind denn da jetzt gerade gewesen alter aber schon wieder hier ah ne ah ok wir sind ok das heißt hier kommen jetzt erstmal keine so so was ist wenn die zu beißt ne das ist schon ein echtes Problem für euch mein lieber jetzt bewegen die sich aber auch wenigstens und der eine ist hier drin der zweite ah er kommt auch rein das ist scheiße so haben wir Probleme mit dem erledigen aber der eine kommt auf uns zu wo ist die kleine scheiß drauf so sollen wir zumindest mal ein Mist verpiss dich von mir du kleiner Bastardsohn und zack und mit dem Messer yeah oh aufpassen der schießt auf uns wo ist der oh direkt da nein schieß der ist tot der andere ist auf der anderen Seite ne nein er hat uns ausgenommen fuck ah fuck okay wir gehen jetzt wieder rein und diesmal müssen wir es ein bisschen besser machen Leute ein bisschen besser so jetzt werden die anfangen sich zu bewegen es lief nicht schlecht wir haben zwei erledigt aber lass mich hier raus lass mich hier raus wir müssen sie ja nicht alle legen oh hier kommen wir auch wieder rein das könnte ein guter Mist nein nein ich kann die range von dem von dem Nahkampf nicht abschätzen ja wir sind tot oh das sind so viele wir müssen irgendwie sneaky rangehen also wir können nicht so offensiv rangehen das klappt niemals das klappt niemals meine Freunde ich bin gerade ein bisschen ruhiger weil ich mich gerade echt irgendwie irgendwie muss ich mir einen Plan ausdenken irgendwie müssen aber hier kommen halt so viele rein hier kommt ich weiß nicht wie wir das angehen sollen zwei sind jetzt drin hier vor oh jetzt kommen die natürlich beide gefährlich nah oh nein oh nein wir haben keine Chance der muss weg ja der wird jetzt schießen der andere das ist egal hier raus so wo kommt der hier raus ja natürlich der lässt sich die Chance noch nicht hier gehen aber wir haben ihn naja da kommt der nächste ich sehe schon seine Waffe so einen hat er schon mal gekriegt okay da ist der nächste so war es das? das war es an Gegnern erstmal oh mein Gott wir brauchen ein Medipack oder sonst irgendetwas um uns zu heilen gefuckte Scheiße ich frage es mich auch ich frage es mich auch lass es mal hier lang rennen ich bin schon ganz in der Nähe irgendwo gleich werde ich einfach mit den Haufen geschossen denn wir halten jetzt vielleicht noch einen Schuss aus ja das glaube ich dir meine Liebe das glaube ich dir hier im Truck irgendwas drin ne zeigt sich das wir erfrieren oder warum wird die Kamera so sag mir jetzt bitte nicht dass es noch irgendwie erfrieren dazu kommt man ich rechne in jeder Ecke mit neuen Gegnern können wir die verschieben ne können wir nicht aber hier kommen wir dann rein aber ich glaube das hat irgendwas keine Ahnung ob das erfrieren ist oder so ich hoffe es mal nicht so hier ist einiges ja genau das habe ich gesucht aber perfekt perfekt hier sollten auch noch eins ja geil ich wollte gerade sagen hier sollten eigentlich keine Gegner sein zu sicher sollten wir uns dabei nicht sein so das war das gerade und noch eins sehr sehr schön jetzt einiges an MediPacks schon mal eingesammelt und gesnackt haben wir die so hier kurz durchrennen hier ist anscheinend echt niemand was sind das für Geräusche das sind wahrscheinlich die Fensterscheiben die gerade einfrieren oder so aber hier kommen wir nicht weiter also müssen wir hier wieder raus oder wie sieht es ah hier kommen wir gar nicht mehr raus das Fenster ist viel zu weit oben was hat das hier ne ok da muss ich ja irgendwo eine Tür oder sowas geben wo wir rauskommen oh das geht mir richtig auf die Eier ne in Fenstern when we are in need he shall provide ok keine Ahnung was die damit meinen er kann jetzt mal ein Fenster kaputt gehen oder so ne wir können hier durch die Tür raus oh da brennts da wird uns jetzt hier einschließen oh oh ja chill doch bin ich aber im Gegensatz zu dir kann ich damit leben oh Mist oh Mist ich glaube den können wir nicht ich glaube wir können ihn nicht besiegen mit unserem Messerchen ähm wo sind die Schlüssel die sind doch an ihm wahrscheinlich müssen wir von hinten ran oder komm jetzt Bastard renn 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 was soll denn ne Machete raus du überraschst mich immer wieder zu schade dass du uns ablest ja ich lehn euch ab jetzt ist es zu spät ist mir nicht scheißegal läuft es nach links perfekt wenn du aufgehst wird es kurz und schmerzlos weißt du was halt dein Maul ha 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 jetzt geht der unten sneakt der sich auch oder wie das kann ich noch nicht mehr mit diesem Modus hier sehen sneakt der auch ok ah da drin ist er doch du sneaktst aber scheiße mein Lieber zieht dich ja sofort erst mal ein bisschen und wegrennen er hat uns gesehen wir müssen erst mal ein bisschen weg einfach so sollte er uns zunächst oh da ist er ja der Bastard der ist ganz flink der ist ziemlich flink unterwegs hier so jetzt sneakt er wieder ist ziemlich nervig dass der jetzt hier sneakt ne ist doch schon und die Hälfte des Hauses steht schon in Flammen wo ist er denn jetzt ist echt ein Problem ne dass der rum sneakt da ist er er geht wieder rein alles klar jetzt weiß ich jetzt weiß ich halt nicht mehr wo er sich versteckt hat da hinten hab ich ihn glaube ich grad kurz gesehen was versucht er jetzt hier grad treibt hier in so ein Versteckspiel mit uns wo ist er oh du Missgeburt nicht schlecht sneakt er sich jetzt schon oder ich denke schon jetzt würde ich ja hier in dem Modus ihn erspähen wow wow oh Miss er hat uns auch getroffen der Bastard scheiße ah der regt mich grad richtig auf der Bastard ne weil der hier so rum sneakt das hat wird sich da drin immer noch befinden denke ich jetzt einfach mal bedeutet wir laufen jetzt mal hier außen entlang so was jetzt ist einfach mal da what the fuck was ist denn los mit dem der regt mich richtig auf der Pisser der regt mich richtig richtig stark auf ne weil wir ihn nicht erledigen können wir müssen an den Rand sneaken so warte mal lass das erst mal lang rennen ich muss einen Überblick dafür finden ich muss ihn einmal sehen so er schießt jetzt auf uns das juckt uns gar nicht da ist er alles klar alles klar jetzt wissen wir wo du Pisser ja ja schießt uns nur an nehmen wir mal kurz ein Medipack wir haben auch keine Waffe mehr zur Auswahl richtig scheiße richtig nervig jetzt komm jetzt komm gute Chance oh nein warum musst du da jetzt rüberjumpen du Pisser rüber nein ich konnte nichts machen Alter come on was ist das für eine Scheiße ähhhh gleiche Taktik wir rennen los warten bis er uns sieht seh uns wo bist du bist du wo ist er denn jetzt hallo ich renne hier rum du solltest mich hören und mal einen Schuss abgeben ne er will nicht ist er hier irgendwo gib doch jetzt mal einen Schuss ab verdammte Scheiße dass ich weiß wo du dich in etwa verkriechst du Pisskopf da ist er ist klar jetzt erstmal wegrennen in sie rennt gegen die oder so was auch immer das war oh man ich glaube das sind so ziemlich die meisten Tode die wir an einer Stelle hier was hatten wir im Spiel das ist doch ziemlich nervig gemacht der kleine mit dem hier können wir halt nichts anrichten das pisst mich ein bisschen an rüberjumpen zurückjumpen ich will nicht er muss mich halt einmal sehen dass ich in etwa weiß wo er ist also habe ich ja keinen Plan da ist er da war er gerade auf jeden Fall ich kann warum warum oh ne ne so dann muss ich kurz schreien alter was soll denn das come on du kleiner Pisskopf diesen Lauschmus ist mir doch schon ein bisschen aufgeschmissen jetzt hier ah da war er gerade da ey jetzt kann ich ihn doch sehen wahrscheinlich während er sich bewegt kann ich ihn sehen er ist auf jeden Fall irgendwo da hinten da unten war er gerade da sitzt er jetzt kann ich ihn doch sehen wenn er sneakt okay wahrscheinlich nur manchmal oder so der ist irgendwo da da ist er bewegt er sich auch hat er uns gesehen ich glaube nicht so komm mein Freund bewegt dich jetzt kann ich natürlich nichts machen weil er an der Position sitzt wo er uns auf jeden Fall sehen würde wenn wir uns bewegen aus unserer Deckung hervor komm mein lieber komm komm bewegt dich er geht weiter nach hinten okay geht jetzt da hoch er sitzt da also man weiß halt auch nie wohin er guckt Mist er sitzt da ey er bemerkt es auch sofort weil diese scheiß Glasplitter da sind ne hoch zum kotzen hier ist ja richtig zum kotzen kurz hier rein da hockt er ja was mir anfangs doch schon lieber als er mir hinterher gerannt ist oder hintergelaufen ist so ist es doch schon eine ziemlich schlechte Situation für uns wenn wir ihn diesmal noch mit dem Messer wischen dann sollte es das auch gewesen sein für den wird verblutet der nicht irgendwann mal oder so jetzt komm doch mal daher vor ja gut es funkt wie sogar ich muss hinter ihn ich muss hinter ihn aber wisst ihr wie scheiße nervig ist das hinter den zu kommen so er steht da so das heißt wir rennen mal kurz um näher hin ranzukommen so jetzt rennt der auch alles klar er rennt hier hoch rennt da hoch das ist ja übelst nah bei uns ich frage es wo er jetzt lang ist ist er links oder ich bin halt einfach mal im kreis gerannt weil ich es kann wo bist du jetzt schon wieder du dreckiger motherfucker du dreckiger motherfucker wo ist er denn ah da ist er jetzt läuft er jetzt sneakt er wieder da hinten ist er alles klar lass ihn mal ich glaube er hört es halt auf wenn wir hier rumhusten ich kann nichts machen ich kann nichts machen ich kann wirklich nichts machen egal was ich also wenn ich sobald er mich einmal sieht in der nähe bin ich tot ne richtig zum gott sind meine freunde wir sehen uns im nächsten im nächsten part wieder wenn es euch gefallen hat dann lasst uns doch nach oben da schaut die playlist noch auf den kanal vorbei wenn ihr Bock auf mehr habt und würde ich sagen sehen wir es euch beim nächsten Mal wieder peace up und haut rein peace up